Hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben September und die Maiszeit ist angebrochen. Somit zog es mich nach Falkensee zu meinem Lieblingshofladen, um einige von diesen wunderschönen Kolben dort käuflich zu erstehen. Auf dem Rückweg konnte ich an der ehemaligen Grenzübergangsstelle Starken gerade so vom Rad springen, die Kamera unter dem Maiskolben aus der Satteltasche hervorkramen, um 298 321 1 zu schlachten. Von LEW gebaut wurde diese Lok 1983 als 111 021-2 von der Deutschen Reichsbahn in Betrieb genommen und im BW Falkenberg-Elster eingesetzt. Im Blockabstand folgte 152 066-7 der DB-LZ in Richtung Berlin. Und oben drüber randaliert er Berlin. Die übliche Situation, nachdem Wustermark zwei Züge abgelassen hat, folgt wieder das regionale Alltagsprogramm. Also noch schnell freihand diese verkehrsrote Hamsterbacke auf den Chip gebannt, noch einem fleißigen Bienchen bei der Arbeit über die Schulter geguckt und danach ging es Richtung Heimat. Ich kann es kaum glauben. Am 6.09.2015 habe ich aus DAFKE meinen ersten Film bei YouTube hochgeladen. Nun sind es 135 Filme und ich bin ein Jahr dabei. Kinder, wie die Zeit vergeht. Und ihr könnt ganz, ganz sicher sein, da kommen noch mehr. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich. Tschüss und bye-bye hier aus Studio B, euer Tomcat.